Das kommende Album von Casper trägt den Titel Alles war schön und nichts tat weh. Das Album erscheint voraussichtlich am 25. Februar 2022 über das Label Eklat Tonträger. Alle weiteren Informationen zu diesem Release, die Vorbestellungslinks und die Tracklist findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr auch in Zukunft immer über neue Veröffentlichungen informiert werden wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Vielen Dank, dass ihr euch das Video angesehen habt.